Vorne, ein ganz kurzer Moment der Schwäche mit MakiExtro. An der Stelle haben wir gar keinen Bock mehr zu existieren, weil wir einfach schlafen wollen. Ich bin jetzt zu Hause, Captain Smallcack ist in der Town und ich muss wenigstens bis 17 Uhr schlafen, weil ich tot bin. Und ihr macht Vorschläge, welches Video wir mit Smallcack drehen sollen. Wenn man aufwacht und zeigt Plus, so eine Ehre erweist, Digga. React, beste Scheiße, Alter. Gehört euch. Auf jeden Fall ein ganz stabiler, bodenständiger und gerader Mensch, wie ich in der Szene noch kaum kennenlernen durfte. Grüße gehen raus an Mois und die komplette Keller-Army. Ich bin viel erotischer als Siegfried. Leute, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Video. Mein Bart ist heilig, niemand will das anfassen. Aber Smallcack will richtig oder glatt zu drehen. Okay, Freunde, das ist das letzte Mal, dass ihr mich so erotisch hier seht mit diesen Haaren. So, Freunde, wir wurden, also es ist, ich will nicht spoilern, vieles ist passiert heute. Die Haare sind erst morgen um 18 Uhr. Die Folge wird wild. Jetzt gehen wir nach Hause, damit ich normal aussehe. So sehr da, deshalb ein bisschen Haare richten, ist das. Und dann gibt es ganz spät heute, circa um 1 Uhr oder so, einen Livestream, Leute. Ich küsse euer Herzen, wenn ihr dabei seid. Wenn nicht, ja, dann nicht. Okay, Freunde, der Livestream für Arbeitslose ist jetzt gestartet worden. Ich bin in 20 Minuten da. Ich schlafe schon wieder seit Tag nicht. Ich tage die Welt in den Träumen nach. Bitte dir alles, was ich niemals hatte, weil es viel zu teuer war. Ich kaufe dir klar, dass du willst, doch alles, was du von mir wolltest.